Oh, meine Lieblingsstelle. Oh, laut und jetzt. Ich war gerade frisch Mama geworden und es gab dann so Momente, da waren wir dann alleine zu Hause und irgendwie war gerade nicht Hunger, nicht Windeln, nix. Und dann habe ich mir den in einem Tuch so an mich gebunden, in so ein Tragetuch, also an meinen Bauch, in meiner Brust und habe diesen Song angemacht. Und bin dann so durch dieses Wohnzimmer getanzt mit ihm zusammen und das hat ihn so beruhigt, das habe ich richtig gemerkt. Der Moment, wo nur Mama und nur neugeborenes Baby zusammen sind und gemeinsam auf diesen Rhythmustanzen, auf diese musikalischen Klänge. Ich höre mich an wie eine Öko-Mom, aber es war wirklich so. Das waren ganz intensive Momente und ich kriege auch jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Achtung jetzt. Das ist so die Ruhe vorm Sturm. Achtung. Oh, meine Lieblingsstelle. Oh, laut und jetzt. Du, 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 du. Oh, und dann tanzt du mit deinem Kind an der Brust. Also, nicht an der Nacken. Und schwebst durch das Wohnzimmer und drehst laut. Oh, das ist echt Gänsehaut. Mann, du bistобыih. approved das Wohnzimmer und drehst torske. Oh, unsere neuen, Luna. Was. Oh, ist ja okay, dass du Three台灣рядchen,